Servusle, schön, dass ihr reinschaut, Leute, unsere tägliche Dosis Arc mit unserem Alterle hier. Viel Liebe von meiner Seite und um Liebe geht's heute auch. Wir gehen gleich gucken, wir sind ja noch schwanger, also wir alle hier ingame. Kann natürlich auch sein, dass jemand von euch wirklich schwanger ist, dann mal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ansonsten lasst uns gemeinsam ingame schwanger sein, knallefalz ist trächtig, ich bin mal gespannt, wie's aussieht. Ich seh noch kein Baby. Aha, drei Minuten, also wie angekündigter Alterle hat nichts zwischen der Zeit geschafft. Hier, unser Männle praktisch, unser Zuchthengst. Was ein Thema, Leute, ich bin so jetzt gespannt, wie's hier weitergeht, lass mal ganz kurz gucken. Ich hab auf jeden Fall noch Futterzeugs hier drin, das passt eigentlich alles. Wie viele Minuten sind's denn jetzt noch, das hab ich schon wieder vergessen, wir gucken nochmal. Ja, ingame schwanger sein ist natürlich eine gute Geschichte, ist für die Figur nicht schlecht, hab ich mir überlegt. Wir machen das jetzt hier alles schon drei Minuten, oder, wieso, wieso, ihr seid aber nicht schon wieder bockig, oder? Das war die Begrüßung, der Vater hat sein Ungeborenes begrüßt. So, Leute, was machen wir denn heute sonst noch? Ich mein, die drei Minuten warten wir jetzt, ich will das natürlich live erleben hier. Die Geburt, ihr habt gesagt, ich kann das wegbauen, glaub ich, ne? Wir machen's einfach mal weg. Wir machen's einfach mal weg. Aufheben. So, guck mal. Oh, jetzt ist die noch auf Wandern gestellt. Wenn ich Wandern jetzt wegstelle, hört das dann auf mit dem Sprechen. Ich warte jetzt einfach mal, ich lass die sich zu lang wandern, ich will's nicht versauen, Leute. Ich hab so Panik, dass ich das Baby nicht durchkrieg hier, verstehst du? Ich bin mal tierisch gespannt. Das bauen wir jetzt mal komplett weg, das war ja nur ein Testzweck. Genauso draußen, dieser Zähmkäfig, wo wir den Karkinos gezähmt haben, der kommt auch wieder weg die Tage. Das Tor versetzen wir ein Stückchen weiter, hab ich mir überlegt, so an die Gebietsgrenze. Das können wir vielleicht nachher geschwind machen. Ansonsten würde ich heute gerne mit unserem Blutwurz nochmal hochgehen, oben Barrikaden setzen. Das hab ich nämlich das letzte Mal auch nicht gemacht. Und, was ich auch noch auf dem Plan stehen hab seit neuestem, ist tatsächlich dann jetzt auch mal diesen Räucherschrank zu bauen, von dem ihr erzählt habt. Das will ich machen und hier will ich auch noch was probieren mit den Elementen. Also, wir haben auf jeden Fall genug zu tun. Wird das hier eine klassische Wassergeburt oder was, Alter? Wenn du es so weitermachst, verlierst du dein Baby. Sie hat es nicht hoffentlich schon geschmissen? Wieso hängt der jetzt da hinten rum? Ich sehe auch das Zeichen nicht mehr, Leute. Oh oh. Oh oh oh. Aber auf Folgen, ich kann doch auf Folgen machen, oder? Auf Folgen kann ich doch normalerweise machen. Komm mal her. Komm mal her. Äh, einer folgen. Folgt mir mal hier raus, bitte. Ist das das Baby? Ne, ist ein Haufen. Oh Leute, jetzt glitscht der da hinten rum. Ich dreh durch. Ich dreh so durch. Was machst denn du jetzt hier? Ne, der ist noch da, der Balken. Aber irgendwie will er nicht. Alter Schwede, Gneilefein. Was ist denn los mit dir? Freust du dich so auf die Geburt? Alter Schwede. So, komm mal hier raus und zeig mal, ob es noch unterwegs ist. Es ist noch unterwegs, Leute. Ich habe die Schwangerschaft noch nicht versaut. Komm mal mal ein Stück hier raus. Hier aufs Gras. Hier genau schön in diesen kleinen Grasbüschel kannst du dein Baby reinmachen. So, stopp. 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 Ich bin so aufgeregt. Das ist ja nicht normal, oder? So. Anhalten. Jetzt haben wir es auch mal wieder schön im Blick, Leute. Oder auch nicht. Hier. Noch 44 Sekunden. Also, das ist das Schöne an... Hallo? Ich habe dich auf Stopp gesetzt. Die bringt jetzt bestimmt ihr Baby in Sicherheit vor uns. Hallo? Ich will das sehen, Alter. Wandert der jetzt hier noch so rum, bis er das Kind kriegt, oder? Das ist der Hammer. Oh, Leute. Das ist so ein kleines Würstchen bestimmt gleich. Ich mache es bestimmt kaputt. Dann mache ich einen Schnitt. Dann mache ich einen Schnitt. Nee, Quatsch. Wir gucken es uns komplett an. Oh Gott, Leute. Noch sieben Sekunden. Ich bin so aufgeregt. Das ist nicht normal. So. Kneile, Weiz. Das wäre schon 58. Wann hat er dann das gemacht? Jetzt? Nee. Kneile? Kneile. Leute, zwei. Jetzt schmeißt er... Ach Gott, ist das ein Putzele. Guck mal. Guck mal. Guck dir das mal an, Leute. Ein Level 41, ja, Kind. Hat das ein Vorrat-Ding? Kann ich... Wie muss ich denn da jetzt was... Oh Gott, ist das winzig. Wie fütter ich denn das jetzt? Kneilefeils, Alter. Fütterst du das? Oh Gott, ist das winzig, Leute. Hallo? Ach Gott, ist das süß. Entschuldigung. Ach Gott, ist das süß, gell? Ach Gott, ist das süß. Prägen? Wie präg ich es denn jetzt? Mit E. Benennen. Ich nehme es einfach mal so an. Wir benennen es später. Inventar öffnen. Oh, Lego mio. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, wieso habe ich mir... Ach, das hat... Hat es nur ein Plätzle hier, oder was? Leute. Das hat offensichtlich nur einen Platz. Ja gut, ist ein Baby. Frisst es schnell. Was fressen wir denn, Diggaele? Ich glaube, ich gebe dir mal das da. Ah, jetzt hat es mehr Plätze noch. Welches fressen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ladung. Es hat schon Ladung, Leute. Ein kleiner Codhaufen ist jetzt verdorben. Kümmere dich mal um dein Baby, Alde. Was ist denn hier los? Oh, Lego mio. Hoffentlich überlebt es. Ey, Level 41. So ein kleiner Brocken hier. Ist es schon gewachsen? Nee, ne? Wir gucken nochmal rein. Oh, oh. Jetzt doch, da war es. Das ist ein bisschen tricky hier. Braucht Zuwendung in einer Stunde 20. Ach, das hebt jetzt eine Stunde 20, was ich da reingemacht habe. Ich könnte doch aber auch Narkosemittel reinmachen. Weißt du, dann können wir es schlafen legen, die Stunde. Dann passiert uns hier nichts. 4 und 10. Aber ich glaube, das frisst gerade diese Bären hier. Ah, guck mal. Jetzt geht es plötzlich. Gerade eben ging es nicht. Ich ziehe das nochmal von Hand hier drauf. Verstehst du? Nee. 5. Mehr habe ich nicht im Angebot. Ich nehme aber Gesundheit. Leute, kann das sein, dass die Gesundheit abnimmt von dem Kleinen? Nee, ne? Soll ich es zwangsfüttern? Ich habe ja null Ahnung, ob das geht. Verbrauchen. Ich will es nicht zerstören. Alterle. Was steht denn da unten? Reifeprozess. 2,7 Prozent, Alter. Das dauert ja zwei Tage, bis wir das durch haben, Leute. Ich gucke nochmal rein. Die Gesundheit, die tickt langsam hoch, ne? Also ich nehme an, dass das jetzt einfach ein langsamer Fortschritt ist. Wir müssen ab und zu danach schauen. Das ist klar. Nahrung tickt ziemlich schnell runter. Äh. 103. Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich muss das auch noch alles drin lassen. Ich kann ja den Fortschritt. Die Nahrung geht, geht die auf Null? Dann ist es tot aber doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Wo ist ein Kneilefeiz? Komm mal her jetzt. Du kannst mal aufhören hier rumzuwandern. Du machst mich nämlich ganz verrückt. Stopp' ihn mal. Alterle. Ah, wenn man halt keine Ahnung hat. So. Stopp. Verhalten. Wandern. Deaktivieren. Nicht, dass du nochmal schwanger bist. Lass mal reingucken. Hast du noch von den Pilzen? Jetzt habe ich wieder was gedrückt irgendwie, was ich nicht wollte. Ja, die hat noch Pilze. Ich gebe mal noch Pilze drüben rein. Wo ist es denn, das Würstle? Hallo Würstle. Hallo. Pass mal auf. Guck mal. Ich hätte hier auch noch die Pilze im Angebot. Die Nahrung geht als weiter runter. Ich nehme aber mal an, es passt alles, Leute. Die Gesundheit tickt nämlich ganz minimal hoch. Die wird sich früher oder später, denke ich mal, auffüllen. Ne, sieh. Wir haben ein Mädchen. So ein kleines Stöpsel hier. Ach Gott, ist das goldig. Das ist nichts für mich hier. Das ist nichts für mich. Wieso folgst du mir jetzt? Ich will doch, dass du da einfach sitzen bleibst. Pass mal auf. Wow. Muss ich dich auch irgendwie? Mach mal auch hier auf anhalten. Ich gucke noch mal rein. Das lässt mal jetzt. Ich habe es doch auf anhalten gedrückt. Jetzt rennt es davon. Guck mal. Nahrung 130. Ne, ne. Das funktioniert schon. Es muss sich aufpäppeln. Ich nehme mal an. Hier passt alles, Leute. Ich hätte es in dem. Ich kann es nicht auf Folgen machen, oder? Dass es mir folgt. Weil wenn da vorne nämlich jetzt was aus dem Wasser kommt, haben wir nämlich Babycup. Verstehst du? Komm mal mit. Wenn du mir folgen kannst, würde ich dich hier reinstopfen. Ja, es folgt mir. Pass mal auf. Wir setzen die alle da unten rein. Zur Sicherheit. Gott im Himmel, Alterle. Das ist wieder was. Da muss man ja voll dabei sein. Folgt einer. Komm du auch mit? Ich kann ja mal gucken, ob ich es schon auf meinen Rücken geklemmt kriege. Papa, setz dich mal hier hin. So, du. Ne, stopp, 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 stopp. So wollte ich es nicht. Alterle, aufgeregt ohne Ende. Wahnsinn. Also sorry, ne. Wenn das heute alles so ein bisschen ungeplant ab... Dich wollte ich eigentlich jetzt zum Vater schmeißen hier so. Das ist schon mal das eine. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich es würstle hier. Ich kann es noch nicht aufnehmen. Aber es hat auf jeden Fall alles, was es braucht. Ich setze es jetzt hier rein. Komm mit. Ist es goldig, oder Leute? Ja, du passt jetzt auf dein Kind nämlich auf. Das habe ich mir gerade so nämlich überlegt für heute. Eine anhalten. Es braucht ein bisschen. Es hat noch ganz kurze Stummelfüßchen. So. Der Vater kann doch eigentlich aber auch hier. Den kann man doch dazuschmeißen. Der Family hier. Kann ja auch mal... In der heutigen Zeit gibt es ja eigentlich eher Patchwork-Familien. Bei uns ist hier alles noch aus einer Zucht. Entschuldigung. So, jetzt breche ich das hier mal ab mit dem Folgen. Ach Gott, ist das eine Würstle, Leute. Ist das eine Würstle. So. Alles klar. Braucht Zuwendung in 1,16. Das ist das Real-Life-Time, Leute. Müssen wir kurz mal gucken. Wo ist denn jetzt der Zuwendungstimer? Du bist ein bisschen kompliziert, gell? So. Jetzt ist das weg. Aber eine Stunde, glaube ich, ne? Ich gucke noch mal rein. Alter, das lässt mal keine Ruhe. Wir gehen aber gleich los, Leute. Ich will nicht den ganzen Clip jetzt nur hier im Inventar hängen von dem kleinen Würstli. Hier ist alles da. Das können wir wieder auffüllen. Das hier geht nicht, komischerweise. Ach, das hat ja auch nur einen gewissen Gewichtswirt. Was kann ich denn rausnehmen hier? Ich nehme die mal raus. Ich weiß nicht, ob es die unbedingt essen muss. Ich würde lieber die da rein machen. 11. Dann nehmen wir mal die Hälfte Pilze raus und hauen hier noch ein bisschen drauf. Ja, das müsste jetzt hinhauen. Ich weiß nicht, was es davon präferiert. Es wird sich schon wahrscheinlich von alleine folgt. Alterle, machen wir jetzt aber weg, gell? Du bleibst nämlich hier. Äh, er folgt, wo folgt der mir jetzt? Alle anhalten. Jetzt. So, Family ist dicht. Dann kann ich hier nämlich eigentlich auch zumachen. So. Weißt du? Dann sind die hier nämlich schon mal so ein bisschen abgesichert. Sorry, Leute. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass mich das so flasht, das kleine Würstli. Guck mal. Okay, ich hoffe, wir kriegen es durch. Unser Community-Baby, Leute. Jetzt haben wir das erste Mal zusammen ein Baby gekriegt. Weißt du, also bei uns geht was. Wir haben schon zusammen geschlafen. Ich erinnere mich ganz grob in einer Folge. Nicht arg war eine andere, ne? Wo sind die Tiere? Sie hat nur das Ei zurückgelassen. Ah! Warum sind die jetzt da hinten, Leute? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Bestimmt Stopp alle oder sowas, oder? Guck mal. Folgen. Folgen. Ich würde ja alle Folgen machen, aber ich habe das Gefühl, dann rennt mir gleich wieder die ganze Herde von überall hinterher. Wieso sind die jetzt so weit weg, Leute? Was habe ich denn da gemacht? Der eine Pfiff vorhin, wo ich gesagt habe, ich habe gepfiffen. Ich vermute, ich vermute, das war der Kuball. Der andere, der hängt da hinten rum. Ich hole die jetzt einfach mal rüber. Äh, Voucher. Wahnsinn. So, pass mal auf. Alle anhalten. Mein Reitier ist ja auch nicht mehr da. Kakinos. Der wollte los, der kam aber nicht los. Ey, der Raptor ist auch nicht mehr da. Raptor ist hier. Oh. Das könnte es natürlich erklären. Das könnte es natürlich schon erklären, was hier los war. Dann haben die verteidigt, das Viech ist geflüchtet. Wieso habe ich denn das nicht mitgekriegt? Hoffentlich hat es mir nicht mein Blutwurz kaputt geschlagen. Alter Schwede, was ist denn das für eine Folge, Leute? Ich überlege gerade schon. Ich mache jetzt mal hier den da. Pass mal auf. Es geht ja jetzt momentan nicht anders. Folgen. Alle folgen. So. Jetzt kommen natürlich wirklich alle. Aber dann sehe ich zumindest mal, wer noch lebt und wer nicht. Nein! Haufen! Haufen! Die haben einen Haufen getötet. Haja, die haben Sauhüfle getötet. Ich baue es ab. Es soll hier nicht rumliegen in der Wildniswindfleck der Schande. So, wer ist denn noch alles am Leben? Ich sehe meine Reittiere halt auch nicht mehr. Der Raptor ist weg. Alter, ich habe das nicht mitbekommen, Leute. Hauptsache hier liegt ein Ei. Das ist ganz wichtig. So. Ja, euch geht es gut. Ihr habt hier wahrscheinlich die Ehre verteidigt. Aber meine Reittiere sind alle weg. Ne, da vorne steht der Blutwurz. Der ist noch da, Leute. So, jetzt pass auf. Wow, alle anhalten. Aber das kennt ja der ein oder andere von euch, weiß ich. Das ist nicht nur bei mir so, dass mal was schief geht. Jetzt pass mal auf. Das müssen wir ausräumen. Ich bin viel zu voll geladen. Wahnsinn. Wahnsinn. Wen ich nicht sehe, Leute, ist unser Raptor. Ich habe keine Ahnung, wo ich den abgestellt gehabt habe. Dann hat hier ein Karkinos angegriffen. Und die haben es... Dann ist es aber noch gut ausgegangen, glaube ich. Wenn wir wirklich nur den Raptor verloren haben. Und du hast noch nicht mal mitgekämpft. Hier, du knallt Hüte. Verstehst du? So, Alterle. Wahnsinn. Ja, Leute. Ich muss mich gerade sammeln. Das ist mir jetzt natürlich... Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt alles passiert ist. Zumindest haben sie die Basis verteidigt gegen den 16er. Das ist ja schon eine peinliche Geschichte. So, pass auf. Jetzt hauen wir mal den ganzen Sachzeug hier rüber. Das brauchen wir alles nicht. Der Raptor ist tot, Leute. Dann fangen wir das mit der Raptor-Zucht richtig an. Ich muss jetzt mal gucken, wo der liegt. Weil dann könnte ich den Sattel noch rausholen. Aus seinem Täschle. So, sind wir jetzt einigermaßen leicht wieder, Alterle. Gucken wir mal bitte nach. Ich habe es nicht mitbekommen, dass da ein Angriff war. Wir gucken natürlich. Vielleicht steht ja der Raptor da hinten drin. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ne, ne? Pupsi? Pupsi lebt aber noch. Also da können wir uns zumindest... Weißt du was, Pupsi? Komm du auch mal mit. Komm du auch mal mit rein hier. Äh, einer folgt. Wir gehen mal hier rein. So. Wo ist das Baby? Wo ist denn jetzt das Baby, Leute? Da hinten. Jugendlicher Balb-Dock. Natürlich, klar. Der muss gleich schwimmen gehen. Jetzt klitscht das dem Wasser um. Sag, ist mein erstes Kind, Leute. Also seid mal nicht böse, wenn ich da noch nicht so blicke. So, pass auf. Anhalten. Paddelt. So, viel Spaß. Baby. Guck mal, ist er schon Jugendlicher jetzt? Er zieht voll durch, oder? Guck mal, es schwimmt. Es schwimmt. Ha, 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 ha. Ist auch gut. Ja, du freust dich. Offensichtlich freust du dich, Alterle. Das ist Pupsi. Deine Tante. Tante Pupsi. Ach Gott, ist das goldig. Oh, oh, ein Erdbeben. Ich stelle mich mal drüber. Ey, Leute, ich habe meinen Raptor verloren. Ich habe das nicht mitbekommen hier vor lauter Baby. So ist das. Wenn Kinder in die Welt gesetzt werden, verstehst du? Dann verändert sich alles. Man kriegt absolut nichts mehr mit. Ich muss es nachher mal anschauen. Da kam doch bestimmt eine Warnmeldung, oder? Oder es müsste eine Todesmeldung oder irgendwas gekommen sein. Voucher im Kinder. Halt, mach da zu, Alter. Das muss... So, 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 so. So, 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 Alterle. Bevor du nicht klettern lernst, brauchst du die hier gar nicht. Ich gucke mal ins Inventar, wie viel Futter der jetzt noch hat. Aha. Dann ist da die hier am liebsten, ne? Dann haut er sich die hier nämlich rein, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Guck mal, wie es unbedingt raus will. Ja, du bist ein kleiner Neugieriger. Ey, was... Was war da draußen los? Das ist der absolute Reißer. So, ich gucke noch mal durch. Vielleicht finde ich ja die Tasche noch. Ich muss noch warten, bis der Kollege hier weg ist. Ja, Alterle. Du bist der absolute... Herrgott. Eine Stunde zehn. Das ist wirklich Real Life. Real Life Time. Also eine Stunde kann ich mir jetzt hier Zeit lassen, bevor ich hier ran muss. So, meine Freunde. Jetzt gehen wir geschwind raus. Der wandert hier wieder. So, wieder zumachen. Alter Schwede. Was eine Folge. Naja, sowas muss auch mal drin sein, ne? Sieht jemand den Raptor? Ich sehe ihn nirgends. Ich schätze mal, dass der bis ans Wasser runtergerannt ist und gekämpft hat. Haben wir noch was verloren? Ne, ne? Hier ist nix. So, sieht jemand die Tasche vom Raptor? Also, wir haben den Kakinus noch. Wir haben die drei hier noch. Haufen haben wir verloren. Muss man leider so sagen. Haufen ist tot. Und dann sind die ans Wasser runter. Und ich gehe mal davon aus, Leute, dass der Raptor... Da steht er! Da steht er! Also hat es nur Haufen erwischt. Es soll jetzt nicht schmälern. Also es ist schön, dass nur Haufen draufgegangen ist. So, Alter, du hast es auch überlebt, oder? Coole Geschichte. Pass mal auf. Dann folg du mir mal wieder zurück zur Basis. Ich habe nicht gesehen, dass du hier glitscht. Kommst du da weg? Ja, du kommst da weg. Dann haben wir noch alle außer Haufen. Ist gut. Ist in Ordnung. Es hätte uns echt schlimmer erwischen können. Aber ein Sechzehner bringt hier die ganze Burg durcheinander. Wahnsinn. So. Schön. Ich wollte eigentlich komplett was anderes machen heute. Aber so ist es auch in Ordnung. Ja, ist gut. Hast du zufällig hier ein Level verdient? Aha, guck mal. Der hat nämlich auf jeden Fall gekämpft und abgebaut. Sehr schön. Du kriegst auf Nachkampfschaden. Hast du dir heute verdient. Du, ja jetzt nicht so. Was ich machen wollte. Genau, lass uns das Tor mal abbauen. Das setzen wir jetzt hier vorne als Eingangstor hin. Pass mal auf. Ach Gott, Leute. Sorry für das Durcheinander hier. So ist das. Das würde ich gar nichts vorbereiten. Pass auf. Aufheben. Ja, das Baby. Das Baby. Da musste ja schon. Man will es ja dann jetzt schon sauber auch hinkriegen. So, Karkinos, mein Freund. Ich würde das Tor nämlich hier hinsetzen, Leute. Als Eingangstor in unser Gebiet. Wir gehen dann morgen oder so auf die Jagd, habe ich mir überlegt. Wir schauen mal, dass wir heute oben noch abgedichtet kriegen. Da will ich mir auch noch ein Tor hinsetzen. Das zeige ich euch gleich. Ja, guck mal. Wenn wir das hier so ein bisschen in den Stein reinkleben lassen. Aber ihr habt gesagt, Stein ist nicht unbedingt das Sicherste, ne? Hey, dann machen wir das hier so. Dann ist das doch jetzt hier richtig nah dran an dieser Barrikade, oder? Ja, das ist okay. Da guck mal halt. Wenn was glitscht, baue ich es um, ne? Kennen wir nichts. So, und jetzt noch die Tür hier geschwind rein. So, Delle. Ja, das lassen wir einfach hier. Können wir ja aufheben, wann immer wir Bock haben. Ist natürlich ein ziemlich großes Tor, ne? So, und hier können wir jetzt noch ein paar Barrikaden hintere pflanzen. Dann ist das Ding die Tage dicht. Weißt du, jetzt in die Richtung, wo ich jetzt schaue. Hier vorne machen wir noch zu. Ah, was ich testen wollte. Siehste, können wir kurz zurück an die Basis. Ich nehme mal das Reittier, da geht es schneller. Alter, jetzt muss ich schon gucken, ne? Man darf sich nicht zu viel vornehmen in meinem Alter. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier nochmal den Überblick wieder zurückbekomme. Unsere Tiere sind alle fit soweit. Außer Haufen. Haufen hat es nicht geschafft. Ein Haufen weniger hier im Gebiet. Jetzt pass auf, Leute. Ich will doch mal ganz kurz gucken. Haben wir noch Steinelemente? Wäre nicht schlecht. So, pass mal auf. Ne, ne, ne. Wenn, dann müsste es auch nebendran drin sein, Alter. Dieser war der Steinschrank. Was sind noch welche? Sind das die plus S? Ja, super. Dann nehmen wir die mal mit. Ich will jetzt mal gucken, ob ich auf den Zaun auch so eine Wall drauf gebastelt kriege. Weil ich möchte drüben nicht unbedingt am Außengebiet Fundamente hinsetzen, große. Weißt du? Das sieht dann so ein bisschen schrottig aus. Aber wenn ich es jetzt mit dem Zeugs hier hinbekommen würde, ist da vorne schon wieder ein Karkinos. Ne, guck mal. Da steht so ein Spinosaurus. Genau da steht er, Leute. Level 60. Weißt du, was das... Weißt du, was das bedeutet? Dann greift jetzt die Verbesserung... Oh, oh. Ein bisschen... Genau da wollte ich jetzt den Zaun hinbauen. Das müssen wir jetzt irgendwie... Pass mal auf. Das müssen wir jetzt halt wegmachen, das Tier. Ich habe keine Ahnung, ob wir das geschehen töten können. Folge einer. Ihr müsst alle mithelfen, Leute. Ihr müsst jetzt alle mithelfen. Du mal auf jeden Fall auch. Folge einer. Lass mich durch, Alter. Jetzt heute... Was kommt denn heute alles zusammen? Folge einer. Die zwei nehme ich mal mit. Und natürlich unseren Grabo. Da gibt es doch auch eine Funktion. Die muss ich mir mal demnächst beibringen. Guck mal, weil der kommt genau... Oh, ist das ein schönes Tier. Kann man den mit einer Bola irgendwie lahmlegen? Was kämpft denn der da? Er ist der Nächste, wo hier alles durcheinander bringt, ne? Den greife ich jetzt an. Das wird jetzt halt wahrscheinlich ziemlich böse schief gehen. Hallo, Alterle. Oder ist das ein Lieber? Sind die Lieb, Leute? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das ja Pflanzenfresser. Ich habe nur keinen Plan gerade. Dann ist mir das Wurscht. Die Krabbe trotzdem. Da kommt man alle... Nein! Stego! Stego! Oh, er wird angegriffen. Er wird angegriffen. Hier drauf, drauf, drauf. Ich habe keinen Plan, ob das gut gehen wird. Wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen verlieren. Jetzt geht es hier ab. Jetzt geht es ab. Du lass hier nicht, Blocker, Alterle. Wow, ich glaube, die grünen Zahlen sind unsere. Und? Oh, Mann. Ich sehe jetzt momentan keine Meldung. Nee, der lebt immer noch. Ja, Level 60. Ausgerechnet. Oh, oh. Oh, ich glaube, ich habe meinen Blutwurz verloren. Blutwurz killed. Scheiße! Komm, Alter. Komm mit, komm mit, komm mit. Alterle, ich habe einen Blutwurz verloren, Leute. Wir brauchen noch einen Ravager. Ich kann das ja jetzt nicht ungeschehen machen, ne? Und der lebt auch noch. Ich könnte aber auch bei mir langsam eine Armbrust oder so rausholen oder sowas. Aber ich habe natürlich nichts ausgerüstet. Dann halt mit dem Speer. Drauf, Leute. Ich hoffe, dass wir nicht noch mehr verlieren. Wow. Wow. Okay, Leute. So ist es im Krieg. Manchmal verliert man auch was. Ausgerechnet mein Blutwurz. Mein Blutwurz. Wie hat es denn schon wieder das... Was ist denn jetzt hier noch los? Gigantische Biene. Ach Gott. Der Bienenstock wurde auch aktiviert. Alles klar. Dann gehen wir ein bisschen raus. Da ist sie. So eine gigantische Biene. Leute, entschuldigt die Folge. Chaos beim Voucher heute. So ist es, wenn man Vater wird. Verstehst du? Kriege ich die Biene jetzt irgendwie platt? Leute, ihr müsst mir helfen. Das sind ganz viele Bienen. Da müsste jetzt auch die Brutmutter rauskommen. Und ich habe keine Blumen, um die zu zähmen. Alter Schwede. Weißt du was? Da müssen wir jetzt durch. Ich hoffe. Guck mal, da macht irgendwas richtig viel Schaden von unseren Tieren. Ja, das wird sich jetzt schon beruhigen. Der nächste Bienenstock, den zähmen wir dann. Alterle, was eine chaotische Noobrunde, meine Freunde. Wo ist denn jetzt hier unser Blutwurz-Sattel? Jetzt haben wir keinen Blutwurz mehr. Der ist da hinten irgendwo gestorben. So, ich pfeife die mal alle her. Alterle. So, wer auch über mich gehört hat, Leute. Zurück zum Hauptplatz. Zurück zum Marktplatz. Alter Schwede. Alter Schwede. Der Raptor lebt noch, ne? Ihr habt jetzt bestimmt alle ein super Level abbekommen. Das freut mich. Also, da müsste ich... Ich hätte ja selber einfach raus müssen, ne? Ich bin viel zu dicht an den Feind ran. Ich habe so viele Tiere hier. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Also, pass auf. Alle folgen. Alle anhalten. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Unser Alterle hat komischerweise heute keinen Hunger. Normalerweise eiert er doch sofort immer rum. Habt ihr es super gemacht. Aber guck mal, wir haben noch alle Stegos. Wir haben noch unseren Raptor. Und wir haben natürlich noch unsere Grabbe. Und mein Fehler war das einfach, dass ich zu nah in den Kampf eingreifen wollte. Jetzt hier. Der hat ja erst sich gar nicht gerührt. Ich dachte schon, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn der da rumläuft. Ich glaube, das ist die Bienenmutter hier. Kann das sein, Leute? Das ist bestimmt die Bienenmama. Aber da musste ich jetzt mit Blumen. Ich kann die jetzt momentan nicht sehen. Ich habe das Zeug dafür nicht da. Ich finde jetzt auch das Zeschel mal spontan nicht von unserem... Ach du je, was ein Chaos. Ich hätte jetzt die Option, Leute. Natürlich habe ich jetzt die Option, den gespeicherten Spielstand nochmal anzuschmeißen. Aber das ist jetzt so ein Fall. Ich lasse es jetzt so. Wir besorgen uns einen neuen Ravager. Ich wollte sowieso früher oder später die Tiere ja etwas höher ansiedeln. Das heißt jetzt nicht, dass er mir nicht leidtäht oder so. Das nicht. Aber es ist einfach jetzt die Gunst der Stunde. Jetzt sind wir Ravager los. Jetzt bereite ich das Offscreen alles vor. Und dann gehen wir uns oben einholen die Tage. Wir müssen dann nur mit dem Pickel hoch. Wir haben jetzt kein Klettertier mehr. So, ich gucke lieber nach dem Baby. Das ist dann doch schon etwas angenehmer. Alter Schwede! Ja, könnte aber auch gerne Bescheid sagen. Aber das gehört ja zum Spiel dazu. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt anders machen soll oder rausschneiden oder so. Aber ist doch okay. So wie es ist, ist es. Wir können es nicht ändern. Was ist denn hier los? Kann das sein, dass mein Alterle auch noch fast draufgegangen wäre? Ich sehe es gerade nicht. Ne, das ist so. Das gehört einfach dazu. Das gehört zum Leben. Dafür ist hier noch alles okay. Wie sieht es bei dir aus, Alterle? Hungermäßig? Stöpsel. Stöpsel. Ne, ist noch alles da. Also der frisst hier die Bären, glaube ich einfach. Das andere Zeug könnte ich raus machen. Jetzt lasse ich das drin. Ich kümmere mich natürlich, wenn ich offscreen bin drum. Er ist in die Wand rein. Leute, jetzt ist er da drin. Ich hoffe, der kommt da wieder raus. So, dann machen wir an dieser Stelle jetzt also nicht mehr viel Bauarbeiten. Ich warte mal jetzt, ob der nochmal rauskommt. Wir haben noch eine Stunde Zeit, ne? Alter Schwede, was eine Aktion. Aber Level 60. Jetzt gehen die Tiere langsam hoch. Wir haben ja den Schwierigkeitsgrad hochgedreht, dass wir große Dinos bekommen hier. So gesehen haben wir uns gut geschlagen. Ich habe es natürlich versaut, indem ich mit meinem Arsch zu weit im Kampfgeschehen drin sein musste unbedingt. Ich finde jetzt das Ding nicht. Ich habe jetzt auch Angst vor den Bienen. Sonst hätte ich schon lange die Tasche gesucht. Wo haben wir denn ungefähr gekämpft? Das war doch hier irgendwo, ne? Hier war dann der Bienenstock. Da hinten haben wir den Spino gesehen. Und hier irgendwo bin ich dann abgemauntet. Das müsste hier die Ecke gewesen sein. Jetzt spawnen die Hohnen nach, Leute. Jetzt können wir bald dann tierisch auf die Jagd gehen. Ist ja alles nur Versuchslabor bis jetzt gewesen, ne? Wir kommen schon noch. Wir kommen schon noch, Leute. Das wird schon noch. Hammer. Hammer. Was ein Durcheinander. Ist jetzt eine der Folgen. Die werde ich mir auch nochmal anschauen nachher. Beim Schneiden ein bisschen intensiver gucken, was jetzt hier eigentlich tatsächlich alles passiert ist. Lauf hier nicht so weit raus, Alter. Zwei Angriffe heute schon gewesen. Was schimmert denn da jetzt im Wasser, bitte? Ist das der Mond irgendwie? Ne, ne? Alter, was ist denn das, bitte? Was ist denn das? Eine Muschel? Eine Perle? Eine Perle habe ich gefunden. Alles klar. Ungeachteter Gefahren ins Wasser gestiegen. Woucher live. So, meine Freunde. Ich sehe die Tasche nicht. Vom Revy. Unser Blutwurst-Täschle. Ich gucke gleich nochmal, wenn es hell ist. Die hebt ja eine Weile, glaube ich. Die spawnt ja nicht. Ich will noch kurz das mit der Mauer probieren. Dann machen wir Schluss für heute. Dann sammle ich mich wieder. Und in der nächsten Folge bin ich wieder ganz der Alte. So, das Spiel will. So, pass auf. Das ist hier. Das hier. Das da will ich probieren. Genau. Das will ich gerne probieren. Nur mal kurz gucken. Obwohl, hier können wir schon Fundamente hinbasteln eigentlich. Das ist ja auch ein Riesentor. So, und jetzt hätte ich gerne einfach mal getestet, ob das hier... Ja, das wird gehen, Leute. Dann können wir uns hier eine Mauer rumziehen. Dann können wir uns hier eine Mauer rumziehen. Die machen wir dann zwei hoch, würde ich sagen. Oder drei hoch vielleicht, dass auch kein Kakino drüber kann. Ja, komm, das machen wir. Weißt du? Dann ist hier vorne wirklich dicht. Weil jetzt kriege ich so langsam ein bisschen dann mit der Angst zu tun, wenn hier Angriffe sind und tatsächlich Viecher von mir sterben. So machen wir das. Das können wir vorbereiten. Dass wir hier schon mal auf der rechten Seite eine Mauer rüberziehen. Links dann natürlich auch. Wie viel Uhr haben wir? Tag 32. Immerhin, 32 Tage sind wir schon unterwegs. Drei Uhr. Es wird jetzt auch bald hell. Also, was eine Folge, Leute. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns morgen wieder zur alten Zeit. Das war das Tor. Ich dachte, da kommt noch eine Biene. Das baue ich auch wieder ab hier. Dann dichten wir das Gelände ein bisschen ab. Besorgen uns einen neuen Ravager. Besorgen uns natürlich auch noch den Raptor. Den tue ich jetzt mal... Wo ist er denn? Wo ist unser Raptor? Nicht, dass der jetzt auch noch irgendwann flöten geht. Das wäre schon arg. Arg. Arg, wie es leibt und lebt. Alles klar, Leute. Durcheinander. Chaos. Aber wir sind natürlich in der Schwangerschaft. Das ist jetzt schuldig doch alles, oder? Haufen verloren. Blutwurz verloren, Leute. Ich bin gespannt, wie es morgen hier weitergeht. Ich werde ein bisschen offskill Sachen ranfahren, dass wir da vorne tatsächlich mal dicht machen können. Und dann sind wir auf der Suche nach einem neuen Ravager dann die Tage. Würde ich als Brio 1 markieren. Falls uns ein hoher männlicher Raptor entgegenkommt, nehmen wir den natürlich auch mit. So machen wir das. So geht es morgen weiter. Ich freue mich auf euch.